Für uns bei ECO war es auch sehr wichtig, uns sehr breit aufzustellen mit dem Produktportfolio. Das liegt daran, dass wir niemanden dazu zwingen wollen, eine bestimmte Art der Wasserfilterung zu übernehmen, die wir jetzt für richtig halten. Es gibt ja auf dem Markt sehr, sehr viele Geräte, Osmoseanlagen, klassische Filteranlagen, die über Aktivkohlefilter arbeiten, Membranfiltration etc. Und alle Wasserarten, alle gereinigten Wasserarten haben unterschiedliche Geschmäcker und auch unterschiedliche Ideen dahinter und die müssen ja nicht schlecht sein. Für uns war es wichtig, dass wir nahezu für alle Situationen Produkte entwickeln, die Wasserstoff zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben eigene Produkte, die über klassische Filterung arbeiten und wir haben zum Beispiel auch Geräte, die man an eine Osmoseanlage anschließen kann, um auch mit seinem bisher genutzten gefilterten Wasser einfach die Vorteile von molekularem Wasserstoff genießen zu können. Das heißt, wir sind hier nicht dogmatisch unterwegs und schreiben irgendjemand vor, was das beste gefilterte Wasser ist, sondern wir möchten gerne, dass jeder in den Genuss kommt von molekularem Wasserstoff und die Vorteile genießen kann, unabhängig von seiner Anlage, die er benutzt.